Da es ja im Moment schon wieder sehr früh dunkel wird, sorgt Sator heute mit einer alten Straßenlaterne für ein bisschen Gemütlichkeit, Sicherheit und Wohlfühlfaktor als erstes den Lichtschein. Das ist das schöne warme Licht, welches durch die Nacht strahlt. Dann gehe ich jetzt hier in das obere Eck. Neue Farbe, unten einen kleinen Stab, einen Bart und natürlich oben die Verbindungszellen. Jetzt die Stange an der die Lampe gehalten wird. Das ist meine schöne alte Straßenlaterne. Ich hoffe sie gefällt euch und strahlt in dunklen Zeiten für euch. Schön, dass ihr da wart und wir sehen uns.